Um Mathematik.lu ein Agenda erstellen. Funktionen Agenda haben mehr als Ersenseinern, ihrer ganzen Klasse oder spezifischen Schüler ein oder mehr Agendaen zerstellen und eine oder mehr Aufgaben, die in einer bestimmten Periode sollen oder müssen gemägen. Für eine Agenda zu erstellen, klicken wir links auf dem Agenda-Menü und auf Pluszeichen unter rechts. Auf diesem Schirm müsst ihr rechtszeichen, was ihr der Schüler wollt an der Agenda aufweisen. Der Text Diagnosetest, Layer-Itemmer und oder Aufschlusstest. Dann könnt ihr entweder ein ganzes Modul auswählen oder ein gewissen Teil von den Aufgaben. Für bestimmte Aufgaben nach rechtszeichen, müsst ihr entweder auf Agenda Personalisé und Créer un nouvel Agenda Personalisé klicken oder den Ausstellungslogo Harnatumnum vom Modul. Auf diesem Schirm bestimmt ihr den Zeitraum, den Schüler kreieren für das Aufgaben zu erledigen. Nudem es mal auf Suivant klicken, bestimmen wir, ob wir das Agenda mit der ganzen Klasse teilen oder just mit der Einzel des Schülers. Auf diesem Schirm bestimmen wir auch, ob die Schüler gezwungen gehen für ein Aufgaben nächster ledigen, auch wenn sie am Führerschundsgemerk auf. Wenn das Agenda erstellt ist, kann das nachher immer vollständig geändert gehen. Alle Agenda beinhaltet auch ihr Rapport darüber, was für ein Schüler, was für ein Eitem schon soll erledigt tun. Dank der Funktion Agenda Deelen kann alle Agenda mit alle Ansegnen dank dem erstellige Code gedeelt gehen. Für ein Agenda zu importeren, guckt ein entsprechendes Video. Alle Agenda kann archiviert gehen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. kann er auch am Führerschne archiviert Agenda und recuperieren. Dank der Knöpfchen an den Links. Agenda archiviert.